Lotta, Missis Happy Ein Labrador Welpe Lotta wird in dieser Woche 5 Monate alt. Hier ist sie beim Weitspazieren zu sehen. Lotte hat wieder eine Begegnung mit dem Wasser. Es ist hier unangenehm und gleichzeitig ist es hier auch angenehm. Sie weiß es halt noch nicht. Lotte rennen und rennen. Lotte rennen und rennen. Lotta war Training, sie lernt, bleibt bzw. wartet. Also, they won't mind me, they won't mind me... Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Lotta rennt und rennt! Vielen Dank fürs Zuschauen! Bitte an den Daumen hoch und das Abo denken und gerne einen Kommentar dalassen! Dankeschön und wauwau!